Wird Ihnen präsentiert von Messebauer.com. Wir machen Messebau. Dieser Bär fällt sehr auf wegen den Haaren und ich frage mich, was hat das denn damit auf sich? Ja, wir sind natürlich sehr stolz, den Einstein hier live auf unserem Stand zu haben. Aber das hat nicht nur was mit seinem Haarschnitt zu tun, sondern vor allen Dingen mit seinem 140. Geburtstag. Und er ist geboren in Ulm, der Albert Einstein als Erfinder der Relativitätstheorie. Und Ulm liegt ja sehr nah an der Heimatstadt von Steiff, nämlich Gingen. Und die Beziehung zwischen Ulm, Gingen und Einstein hat uns natürlich dazu bewogen, ihm und seinem Jubiläum einen ganz besonderen Genuss zu geben mit seinem fantastischen Haarschnitt hier. Sieht super aus. Und hier unten haben wir auch noch die Formel. Das heißt, Kinder lernen gleich mit. Also absolut. Wer sich jetzt natürlich über die heutigen sozialen Medien und im Netz informiert über die Formeln, wird natürlich noch ein bisschen was über unseren Einstein dazulernen. Das liegt steif immer am Herzen, immer länger mit den Produkten in Verbindung zu sein und den Kindern auch ein bisschen Anreiz zu geben, mehr und mehr zu entdecken. Das ist super. Steht mir auch ganz gut, ne? Also vom Haarschnitt perfekt. Dankeschön.